hallo man sieht mich man hört mich und damit willkommen zum aura pvp event hier wieder auf dem komiserver eine runde muss man ja mal wieder spielen eine runde jetzt habe ich eine perle verbrauch jolo wieder ungenickt ein bisschen spiele ich hier wieder ungefickt so und schon brennt mein kleiner süßer und schon ist er tot außer noch gerettet hat er sich geile sache und schon ist er tot danke für die sachen so jetzt haben wir schon die ersten sachen weil er hat sich mit mir angelegt und da fliegt er noch mal und er rettet sich und er rettet sich und er rettet sich und er kann man aufhören sich zu retten er ist tot ja neue sachen so haben wir noch eingetötet gehabt also zwar ein bisschen selber umgebracht aber da ja aber aber naja von mir glaube ich habe hier und dann haben wir auch in die lava leute wollen einfach nicht sterben an der schrift gegeben wo wieso ja komm ach jungs dieser jungs und drei goldäpfel man richtig krass die leute retten sich aber hier heute gut wo ist der typ hin immer von hinten immer kommt einer von hinten leute das ist gerade extrem das ist wieder gerettet ist gestorben der ist immer verreckt jetzt geile sache komm komm wieso soll einer mal kommen bin hier am kämpfen ist das nicht ich esse goldapfel hat ja genug so komm schon ich lecke in der luft so ich lege da einfach so ein bisschen in der luft rum unbeliever bill unbeliever bill wie alle auf mich rumschlagen ist gestorben die leute sterben hier aber gut ne die leute sind hier aber echt hart heute die leute aber schon hart wie alle auf mich gehen gerade aber juckt mich nicht leute come on come on alter ah diese leute hier die wollen gerade einfach nicht sterben leute 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 von heute goldapfel essen ein paar enderperlen wieder reinziehen dumme sache zwei leute auf einmal gekillt multi kill ja ich will kann das mal aufhören zu bangen danke so was ist los mit dir was ist los mit dir was ist los mit dir das ist los mit dir ach komm ad Ach komm, du Muschi, ey. Ach, der will nicht. Er hat keinen Bock. Ja, der bringt dir auch nix. Minion. Dann müssen wir wieder warten, wir müssen jetzt wieder ein bisschen warten, wir entspannen uns. Ja, wo genau, wir hätten ihm mal den Po versohlen. Oh, da ist Lama. Ach komm schon. Ach Leute. Das kämpfen wir da oben, oder? Suche Freunde. Dann halt nicht. Hallo? Na komm. Kalknoob. Ich bin in keinem Gebäude, ich bin in der Arena, das haben wir auch schon mal gesagt, mein Kleiner. Ah! 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 Ich trinke was. Safety first. Oh, keine Tränke mehr. Nolo. Mal ein bisschen aufpassen. Ich warte hier auf dich, du bist ja netter Typ. Ich will nicht mehr brennen, und es macht mir Aua im Popo. Schreib mal was Pill ist. Nein! Ich bin im Kämpfen, Mann. Ich kann nicht mit du schreien während des Kampfes. Ich kann nur eins. Ach komm, jetzt haut der da wieder hoch ab. Mein Gott. Was ist denn los mit dem? Was ist denn? Was ist denn? Was ist denn los mit dem? Die letzten Leute sind immer die, die hartnäckig sind. Hab keine EP, deswegen trau ich mich nicht. Hab keine Enderpeeren. Gut, dass du das sagst. Tja. Pech gehabt. Ah, das funktioniert. Gute Sache. Du wächst im Boden, aber richtig. Ach komm. Du Bohnenbacker, lp hd, ey. Der wächst im Boden, aber richtig hart, Leute. Das wär ein bisschen scheiße. Come on. Come on. Alter. Leben, 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 Gamedi. Ja. Leben, 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 Leben. Alter war das knapp. Alter war das knapp. Voldemort, ich hab noch nie gegen ihn gespielt und er fragt, ob ich ihn fürchte. Hab noch nie mal gegen ihn gekämpft. Erst mal Leben regenerieren. Ja, weil ich nur ein Herz hatte. So, jetzt brennst du aber auch. Ich steck so ein bisschen fest. No, no, du kommst mir jetzt aber nicht mehr aus der Arena. Ja. Ah, wir haben noch ein Ding dran. Schön, er brennt wieder. Okay. Haha. Oh ja, ich hab mich gefürchtet. Alter. Der stirbt jetzt instantly. Das wär so lustig gewesen. Ach Junge. Null. Come on. In die Lava. In die Lava. Schade. Dann aber runter. Ah, ich krieg ihn nicht in die Lava. Jetzt. So, dann wieder schnell. Au. GG. Hab ich mich gefürchtet vor Voldemort. Ganz bischer Bube. Okay. Wir sehen uns dann. Oh mein Gott, meinst am Opel screen. Geht grad schlecht. Na. Ihr seid ja tot. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß bei einem weiteren Videos. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Kommentar da. Und so. Und ja, hab ich da. Ja. Ja. Erst mal 5-6-7-5-7-5-7-5-7-5-6-5-8-8-7-5-6-5-7-6,3. Und denn, ist eben sicher